Herzlich Willkommen zu einem Video von kreativekiste.de Ich möchte euch das TB06 von ACE Automation vorstellen. Normalerweise mit Hutschiene hinten dran, die habe ich aber für eine andere SPS gebraucht, deswegen hier ohne. Das TB06 hat die tolle Eigenschaft, dass wir da eben 32 Volt anschließen können. Das bedeutet, ich habe euch mal, um das zu zeigen, hier direkt 32 Volt aus der Steckdose genommen und über den Schalter geführt. Das ist ein Öffnerkontakt, deswegen haben wir hier gerade Eingang. Das hat nichts mit dem TB06 zu tun. Und mit dem TB06 kann ich jetzt eben direkt 32 Volt eben auslesen, ohne dass ich da irgendein Relais oder irgendwas dazwischen mache. Und in dem Moment, wo ich jetzt diesen Taster eben drücke, dann geht die Lampe eben an.